Ein Schlüssel, ihn zu besitzen, manch einmal seine Seele würde geben. Svenni, wir müssen das Problem ein bisschen seriöser angehen, ja? Wir brechen in die Bude ein. Wir machen einen Knack, einen Bruch. Quasi einen rumänischen Hausbesuch. Du, du, Heinz Harald, das ist gerade ganz schlecht. Wir sitzen gerade beim Abendbrot, weißt du? Das ist meine Sonnofensprache. Wie? Was ist denn los? Nicht zu Lüthgut. Ich habe schon mit denen gesprochen und du gehst die Bier vor, ich taue mit die Götze. Im Hauptschnitt, der Raum, da sind 31 Gläser ins Klir. Das ist nur daneben und Tux gewesen, nicht. Einer hat da ein Bier an mich schon. Ja, ja, Junge. Wir werden auch mal einen Kontakt bringen durch Poren. Hier ist Alarm. Guck mal da, zwei Uhr. Dahinter in dem Raum sind Bodenblatt und Tux-Sensoren installiert. Hau ab, Mann! Da war ich doch ein Landladenfluch auf dem Flughafen. Und da ist der Pilot doch auf jemanden, den ist schlecht geworden. Hau ab, Mann! Scheiße! Guck mal da. Jusquate, Junge. Tut Guck mal da, zwei Uhr. Hau ab, Mann, Schatz. Ja, ich bin drüb.